Wir sehen nun einer meiner größten Lieben. Half-Life 1. Any% Scriptless. Wir werden einen Haufen Speed sehen, einen Haufen coole Tricks, die nur möglich sind in Half-Life. Dies war der Anfang von allem, was Valve war. Wenn ihr nicht wisst, Steam ist gemacht von Valve, der Firma, die ebenfalls auch Half-Life und Half-Life 2 und Portal gemacht hat. Alles sehr, sehr großartige Spiele, die eine Menge gemacht haben für die First-Person-Shooter-Szene allgemein. Haben sie wirklich die Basis geliefert für was First-Person-Shooter ausmachen und sein sollen. Und Half-Life 1 ist spezifisch gemacht in der Gold-Source-Engine. Damals gab es noch nicht die Source-Engine. Die war das große Ding, das mit Half-Life 2 gekommen ist. Davor gab es die Gold-Source-Engine. Basierend auf der Quake-Engine, wo Bunnyhoppen und Rocketjumps möglich waren, dasselbe ist auch in Half-Life 1 möglich. Wir werden eine Menge an Bunnyhopping sehen und eine Menge an Möglichkeiten, um uns wohin zu launchen, soweit es auch geht. Der Run fängt an. Wir starten in Unforeseen-Consequences der ersten Chapter und wir sehen sofort, was Bunnyhoppen ist. Wir haben auch unten einen Speedmeter, um zu sehen, wie viele Units pro Sekunde wir uns bewegen, falls ihr interessiert seid, wie schnell wir sind. Gordon Freeman bewegt sich defaultmäßig auf, ich glaube, so 380 Units per Second und ihr seht, wir kommen sehr leicht über dem, wenn nicht zum Doppelten jetzt gerade. Also Bunnyhops sind die Essenz dieses gesamten Runs. Wie es funktioniert, ist, wenn man in der Luft nach links und rechts strafet, indem man die A- oder D-Taste drückt und sich dann mit der Maus in die Richtung smoothly bewegt, dann beschleunigt man in der Luft. Und wenn man dann springt, genau, wenn man den Boden berührt, kann man diese Geschwindigkeit beibehalten und dann immer mehr aufbauen, je mehr man strafet und Bunnyhoppt. Was wir auch gerade gesehen haben, ist eine Menge an NPC-Manipulationen. Wir sehen das hier nochmal. Wir erniedrigen unsere FPS kurzzeitig auf 20 FPS, weil sich dann NPCs schneller umdrehen und sich schneller bewegen. Das erlaubt uns auch diese Leute, schneller zu Türen zu manipulieren oder hinzuschieben. Und das erlaubt uns, bestimmte Cutscenes zu überspringen, Türen früher zu öffnen, als wir es normalerweise sollten. Wir werden das noch einige Male sehen. Genauer basiert Goldsauce auf der Quake 1 Engine mit ein paar Bugs-Fixes aus der Quake 2 Engine. Vielen Dank, Mibio. Das ist coole Info. Das wusste ich gar nicht. Wir haben einen weiteren Experten im Chat. Wir haben hier eine kleinere weitere Manipulation. Wenn auch immer diese Gentlemen hier nicht reden und der andere am Reden ist, kann man sie wohin schieben und einfach direkter zu diesen Augenscannern bringen, zu denen sie dann eh hin müssen. Also, das ist ein bisschen, um einfach deren Gehweg zu sparen. Wieder auf 20 FPS runter, damit sich diese NPCs schneller umdrehen. Und dann fängt die einzige Cutscene an, die es in diesem Spiel geben wird. Danach geht es von Anfang bis Ende mit voller Action durch. Mit, ich glaube, so einer kurzen Sequenz, wo wir 30 Sekunden chillen können. Also, es ist ein actionreicher Run. Also, nicht blinzeln, wenn es dann anfängt. Während wir hier noch warten, es gibt ein paar kleine Fakten, die vielleicht interessant wären. Die Schwierigkeit, auf der wir spielen, ist die Hard-Difficulty, die schwerste Difficulty in Half-Life. Und, wieso wir auf der spielen, ist, wenn man Explosionsboosts machen will, wenn man sich mit Handgranaten irgendwo hochlaunchen will oder so, kriegt man einen größeren Launch, je mehr Schaden man nimmt. Granatschaden und jeglicher Explosionsschaden basiert auf der Schwierigkeitsstufe. Das heißt, höhere Schwierigkeitsstufe, mehr Boosts. Und das wird uns später erlauben, eine Menge an Speed und Höhe zu gewinnen dadurch. Das heißt aber auch, dass eine Menge Gegner uns eine Menge Schaden machen werden. Überleben ist tatsächlich für die ersten zwei Drittel des Spiels ein großer Konzern daneben, dass wir auch wirklich schnell und gut sein wollen. Währenddessen eine ausgezeichnete Frage, wie kommt man plötzlich auf die 20 FPS? Es gibt ein paar Konsolen-Commands, die erlaubt sind für den Run. Und eine davon ist FPS Max, was schon im Chat geschrieben wurde. Wenn man diese auf eine Taste bindet, kann man mit zwei Tasten einmal schnell die FPS auf 20 wiedergeben und dann wieder zurück auf das Maximum, welches ist 300, glaube ich. Und das kann man jederzeit in dem Run machen, wann auch immer der Runner es für richtig hält. Dass er die FPS sendet, macht er das. Und es gibt noch einige andere Unterschiede zwischen, was die FPS ist, mit der wir runnen. Zum Beispiel, wir bekommen weitaus mehr Geschwindigkeit, je höher die FPS ist, während dem Bunnyhoppen. Es ist leichter, bestimmte Tricks zu machen, mit denen wir Fallschaden minimieren können, wenn wir auf hoher FPS spielen. Allerdings, wann auch immer wir mit NPCs arbeiten oder Objekte sich bewegen, wie zum Beispiel mit Fahrstühlen etc., dann ist Lower Affairs besser. Ich habe zu lange geredet, wir haben gerade einer der coolsten Tricks im Spiel gesehen und ich habe es zu spät realisiert. Normalerweise gäbe es jetzt eine wirklich lange Sequenz, wo wir mit Leuten reden und langsam sehen, oh nein, es explodiert alles. Wir haben all das übersprungen. Dadurch, dass wir uns auf eine ganz bestimmte Weise bei diesem, ich schätze, bei diesem Objekt hingestellt haben und es dann in uns reingeschoben haben, während wir gleichzeitig gesprungen sind, hat es uns sehr weit nach oben geschossen. Das hat uns einen unfassbar kleinen Trigger hoch in dem Himmel treffen lassen, was die nächste Map geladen hat und mit dieser nächsten Map konnten wir in die nächste Sektion und einen großen Teil von dieser Map skippen, die langweilig wäre und Cutscene gewesen wäre. Und das ist schon der erste Trick von vielen, den ich erklären muss und ich konnte nicht hinterher, wir sind schon in der nächsten Chapter. Also ja, das ist einer der mächtigsten Tricks am Anfang, der einen Haufen skippt und der einen guten Vorgeschmack gibt, für was auf uns zukommt. Wir werden hier jetzt auch einen Fahrstuhl haben, den wir absolut überspringen werden, komplett skippen. Stattdessen springen wir der Schräge hier runter, nehmen den Speed davon mit und nehmen wieder hier ein Objekt, schieben es wo weg, lassen es los, springen gleichzeitig. Das nimmt dieses Schiebemomentum, das wir dem Objekt gegeben haben, applyt es auf uns und wir können all diese Geschwindigkeiten mitnehmen in einem Sprung und über ein riesiges Loch zu springen und wieder einen Haufen zu skippen. Das ist auch einer der mächtigsten Tricks im Spiel, um sehr schnell zu beschleunigen. Wann auch immer wir irgendwelche Objekte um uns liegen haben, die wir schieben können, können wir damit unendlich viel Geschwindigkeit in sehr kurzer Zeit aufbauen und das dann mit Bunnyhops mitnehmen. Es ist sehr, sehr mächtig. Hier eine geheime Wand, die man zerstören kann, ist ein kleiner Kurz, eine kleine Abkürzung und es erlaubt uns auch die Shotgun früh zu bekommen, ohne dass wir in den Umweg gehen müssen. Währenddessen haben wir auch diesen NPC damit abgeschossen, manipulieren ihn jetzt mit dem Schuss und mit diesen Handgranaten zu der Tür hin, damit er diese für uns öffnen kann. Der Trick ist sehr nervig. Die AI muss auf ganz bestimmte Weise manipuliert werden und sehr oft sagt sie, nee, nee, ich will jetzt nicht und dann bleibt Bunny stehen und macht nicht mit. Allerdings, er erlaubt uns die Türen zu öffnen, wenn er sich dort hin bewegt und das machen wir auch mit diesem NPC hier, dieses Scientist. Wenn er abgeschossen wird und wir dann diese Granate in eine bestimmte Stelle werfen, läuft er zu der Tür, die wir öffnen müssen und das hat uns eine gesamte Chapter skippen lassen. wieder eine Menge an Zeit und eine Menge an Spiel absolut übersprungen. Oh Gott. Anstatt hier wieder diesen Fahrstuhl zu nehmen, gibt es eine ganz kleine Leiter, die wir nehmen können hier, wenn wir im richtigen Timing in sie reinlenken hier, können wir all den Fallschaden animieren, indem wir stattdessen die Leiter greifen. Allerdings ist das ziemlich striktes Timing und wir sehen gerade, dass es nicht trivial ist. Es gibt sehr oft im Run verteilt Stellen, wo wir große Distanzen fallen werden und uns dann überlegen müssen, wie negieren wir diesen Fallschaden. Eine davon ist entweder, wenn wir sehr viel Geschwindigkeit haben und gegen Schrägen fallen, dann wird diese schräge, all dieses Fallmomentum umwandeln in horizontale Geschwindigkeit und das erlaubt uns große Fälle zu überleben. Es gibt dann noch andere Glitches, die wir gleich sehen werden, Jump Bugs und Edge Bugs, die alle Unit Perfekt oder Frame Perfekt sind. Auf die können wir dann auch noch zurückkommen, wenn es so weit ist, aber die sind heftig. Währenddessen fangen wir jetzt einer der größeren und mehr Open-Ended-Teile von Half-Life an. Wir haben jetzt das Objective, dass wir drei verschiedene Knöpfe verteilt über diesen gesamten Komplex drücken müssen, um ein Tier zu eliminieren, das uns den Weg versperrt und das machen wir auf höchste Geschwindigkeit. Wir haben hier Jump Bug Nummer 1 gesehen, indem wir geduckt, auf den Boden von langer Distanz fallen und dann im selben Frame, wo wir den Boden berühren werden, uncrouchen und gleichzeitig springen, Frame Perfekt, glaubt uns das, jeglichen Fallschaden zu minimieren. Hier machen wir es nochmal auf diesem kleinen Mini-Panel hier und der Trick ist die Hauptweise, wie wir Fallschaden minimieren. Es ist ein Frame Perfektes Uncrouch Jump kurz oder im Frame, wo man den Boden berührt und das lässt das Spiel denken, dass wir in keinem Frame, wo das Spiel irgendwas verarbeiten konnte, den Boden berührt haben. Wir gehen von einer Menge Fallgeschwindigkeit zu keiner, ohne dass das Spiel jemals realisieren konnte, dass wir den Boden berührt haben, weil technisch haben wir das nicht in irgendeinem Frame. Gut. Währenddessen bewegen wir uns weiter. Die Shotgun ist eine sehr nützliche Waffe, um verschiedene Barrikaden, die uns im Weg liegen, sofort zu zerstören. Die Crowbar ist etwas, was das Spiel normalerweise dafür vorlegt, aber es ist erstens eine Melee-Waffe und zweitens eine relativ schwache Waffe. Die Shotgun erlaubt uns, jegliches Objekt, das man zerstören kann, mit meistens ein oder zwei Schüssen sofort zu zerstören. Also dementsprechend macht das sehr schnelles Movement durch solche Objekte sehr angenehm. Uns hat gerade, das war gerade ein sehr seltener Fall, wo eine Headcrab uns gekillt hat. Wir sehen, wir haben unsere Health auf unser Maximum benutzt und das wird auch zukünftig der Fall sein, dass wir sehr oft Stellen haben, wo wir einfach überleben müssen, irgendwie mit dem wenig HP, das wir haben, weil wir müssen Boosts machen, um schnell von ARP zu kommen und diese Boosts brauchen natürlich eine Menge HP. Wir machen jetzt gerade in dieser kurzen Zeit, wo wir warten können, einen kleinen Umweg hier runter, indem wir diesen NPC hier retten, von diesem Zombie. Jeder Scientist kann einen um so 15 HP, glaube ich, heilen. Ah, sogar 25. Und es ist so selten, dass man das anfragen kann. Ich habe es in meinen vielen Playthroughs nicht einmal gesehen oder benutzt. Es war sehr witzig zu sehen bei Speedruns, dass das immer benutzt wird an der Stelle, einfach weil es sich anbietet. Gut. Wir brauchen hier wieder auch ein bisschen an Health und Rüstung, um diesen Skip hier zu machen. Dies ist eine der wenigen Stellen, wo es Flüssigkeit gibt, in der man schwimmen kann, das auch gleichzeitig einen Strom hat, das einen den Spieler in eine bestimmte Richtung schiebt. Und wenn wir das kombinieren mit Strafe und vor allem dort am Ende mit bestimmten Weisen, um Höhe auch zu gewinnen, dann können wir uns direkt zum Ende hinboosten, ohne eine kleine Jump-and-Run-Section dort zu machen. Gleichzeitig, was wir hier gemacht haben, das ist so viel, was wir hier gemacht haben, ist, wir haben ein paar Kisten zerstört und sind dann sofort davon weggerannt und haben die Map geändert. Was das gemacht hat, ist, die Munition, die in diesen Kisten drin war, spezifisch diese Tripmines hier, die wir benutzen, um hier hochzuklettern, die wurden geladen, sobald wir die Map gewechselt haben, in die nächste Map, weil die Position, wo sie geladen werden, tatsächlich noch inbounds ist zu der nächsten Map, die geladen wurde. Das heißt, wir konnten die Munition von einer Map in die andere mitnehmen und immer noch auf direktem Weg zum Level-N-Trigger zu rennen, ohne dass wir einen Umweg machen. Es ist einfach schneller, diese Munition in die nächste Map zu laden, als einfach nur kurz zu, zwei Schritte nach vorne zu gehen in die andere Richtung. Es ist krass. Was wir hier gemacht haben, es gab hier Tripmines, die den Weg blockiert haben. Allerdings, wenn wir eine Granate geworfen haben und dann saven, dann stockt das Spiel für ein bisschen. Wenn wir während dieser Stocken kurz, wenn wir während dieser Stocken durch die Tripmines uns bewegen, dann applient das Spiel nicht den Trigger, dass wir durch Laser gelaufen sind und wir können durch Laser durchlaufen, ohne sie zu aktivieren, indem wir einfach nur speichern. Nicht mal laden, nur speichern. Durch diese Stocken erlaubt es uns, das durch Laser durchzugehen. Währenddessen haben wir noch ein paar andere Dinge gemacht, die ich nicht kommentieren kann, weil er ist zu schnell. Er ist zu schnell. Wir haben mittlerweile SMG bekommen, also die SMG, eine automatische Waffe mit 50 Schuss im Magazin. Ich habe keine SMG jemals gesehen mit so einem langen Magazin, aber das existiert in diesem Spiel. Und noch viel wichtiger, wir haben einen Granatenwerfer an dieser SMG dran. Wir haben jetzt die Möglichkeit, jederzeit, solange wir die Munition haben, mit SMG-Granaten uns von A nach B zu launchen und oder Gegner sehr effizient zu killen damit. SMG-Granaten sind mitunter einer der mächtigsten Waffen, die wir im Spiel haben, für Movement und um Gegner zu killen. Und das werden wir hier auch gleich sehen. Wir haben hier einen Haufen von Gegner gekillt, nutzen all die Granaten, die wir bekommen haben. Und interessanterweise machen wir dort nicht die Strategie, dass wir uns sehr viel Munition für die holen. Aber ich schätze, das ist nicht notwendig. Es gibt mittlerweile eine Menge Routen und Optimierungen, die leicht abweichen und nur so halbe Sekunden bis Drittel Sekunden sparen für den Run. Und die Geschichte hinter diesem Run von Half-Life Any% ist schon crazy lang. Also ich kann verstehen, dass der Runner Nakanga andere Präferenzen hat als der Weltdecott-Runner. Genau, schnell bewegen plus speichern ist gleich lag, denn nur die Position aktualisiert, aber keine Schadensquelle verursacht. Allerdings, es lagt nur, wenn man währenddessen auch eine Granate irgendwie auf dem Map hat, weil dann das Spiel das irgendwie verarbeiten muss, während man speichert. Wenn man sich normal schnell entlang behoppt und nur speichert, das stockt nicht, das nimmt keine Zeit, das ist komplett zeitfrei. Tatsächlich, wir können so oft quicksaven und quickloaden oder wir können so oft quicksaven, wie wir wollen, das nimmt uns nicht Zeit weg. Das heißt, wann auch immer ihr mitten vom Screen seht, saved, Punkt, das ist, wenn der Spieler einen Quicksafe gemacht hat und wir machen das sehr oft, einfach weil es keine negative Seite davon gibt. Wann auch immer wir dann irgendeinen crazy Trick nicht schaffen, können wir einfach den letzten Quicksafe laden und es direkt nochmal probieren. Es ist tatsächlich ein notwendiges Tool, um all diese coolen Tricks in diesem Run möglich zu machen in einem Segment. Oder in einem Real-Time-Run, sollte ich sagen. Währenddessen sind wir schon zwei Chapters weiter und machen cooles Movement. Hier wieder ein Objekt, das wir schieben können. Wir schieben, lassen es los, springen, das nimmt all diese Schiebegeschwindigkeit, applyt es auf uns und wir können uns ewig weit launchen. Hier haben wir gerade eine AI wieder manipuliert, dass er uns die Tür öffnet, indem wir in die Map reingegangen sind, wieder rausgegangen sind, wieder reingegangen sind und dann eine Granate an die Decke geschossen haben, damit er gegen die Tür läuft und diese Tür öffnet sich dann für uns, erlaubt uns wieder einen weiteren Kampf dort komplett zu überspringen. Was wir auch übrigens sehen hier jedes Mal ist, dass wann auch immer diese Vortigons auf uns schießen wollen, können wir Quick-Saves und Quick-Loads machen, um deren Angriffsanimation zu resetten und das bedeutet, dass sie diesen Angriff neu starten und uns nicht angreifen können, wenn wir einfach sehr oft Quick-Save und Quick-Loaden während wir uns von A nach wieder wägen. So können wir Schaden minimieren, wann auch immer die in unserer Reichweite sind. Quick-Saves und Quick-Loads gibt es in der heutigen Sphäre von Videospielen tatsächlich sehr selten, aber es war ein Klassiker für alte Spiele, vor allem für alte First-Person-Shooter und es ist so notwendig für so viele coole Half-Life-Tricks. Half-Life 2 tatsächlich basiert deren gesamte Route auf Safe-Loads, weil diese Glitches erlauben zu machen. Aber gut. Wir haben die einzige 20-Sekunden-Cutscene, die noch über ist im Run überlebt, haben sie überstanden. Wir haben jetzt all unsere Waffen verloren und starten auf Neues mit nur unserer Crowbar. Tatsächlich, wir starten dort in dieser Müllhalde, wo diese Pistons langsam auf uns zufahren und uns zerquetschen würden. Allerdings, wenn man auf die Pistons draufgeht und in bestimmter Weise auf sie schaut, man kann mit denen interagieren, als wären es normale Railcarts und tatsächlich kann man deren Geschwindigkeit anpassen und auch negativ machen, so wie man es mit normalen Railcarts steuern kann. Also, es sind einfach nur in Wirklichkeit diese Pistons sind Railcarts, die man selbst steuern kann. sehr witziges. Dieser kleine Stein hier in der Grütze, den können wir nutzen für einen massiven Speedboost, wieder indem wir es anfangen zu schieben, dann loslassen und springen und diesen Speedboost versuchen wir so weit wie möglich beizubehalten für all diese knappen B-Hops, die wir in diesen kleinen Vents machen müssen. Das ist immer sehr schwer, gut Geschwindigkeit zu gewinnen und beizubehalten während diesen super schmalen Sektionen, aber das war sehr gut von ihm gemacht und es geht direkt weiter mit coolem Movement, denn wir haben hier wieder Wasser, das einen Strom mit sich hat und deswegen den Spieler sehr weit boostet, wenn wir auf dem Wasser entlang surfen und wir haben eine der mächtigsten Waffen oder zwei der mächtigsten Waffen jetzt im Spiel bekommen in unserem Loadout. Zum einen haben wir jetzt diese Satchels, welches Explosionen sind, die massiv Schaden machen, aber auch benutzt werden für Explosive Jumps, wenn wir die Hälfte dafür haben und gleichzeitig haben wir jetzt eine Magnum bekommen, die Magnum Revolver, einer der mächtigsten Waffen im Spiel pro Schuss und die wird absolut notwendig sein, um den finalen Boss komplett zu eliminieren. Es wird auch unsere Go-To-Waffe sein, falls wir einzelne Gegner killen müssen. Ein Headshot mit der killt das meiste in einem Schuss. Gut. Oh, mein Stream ist gestoppt. Bin ich noch zu hören? Ist es mein Internet oder ist es der Stream? Aber es lädt auf jeden Fall bei mir. Man hört mich ist der Mainstream. Okay, gut zu wissen. Der Mainstream ist down. Nein, nicht mehr an diesem Run, komm schon. Oh, nee. Das ist tragisch. Aber gut. Mainstream sollte nicht lange down sein. Das passiert leider sehr gerne, wenn Internet sich denkt, nee, bin jetzt weg. Passiert. Ah, aber ich sehe wieder Bild. gut. Es braucht vermutlich genau, es braucht vermutlich ein Neuladen des Hauptstreams. Sorge, wenn du mich hörst, please and thank you. Aber auf jeden Fall, es geht direkt weiter. Ich glaube, wir haben währenddessen eine gesamte Chapter übersprungen gehabt, während das Stream down war. Aber es passiert. Was wir auf jeden Fall in dieser Sektion bekommen, ist die Gauss Cannon oder die Gauss-Kanone auf Deutsch. Aber das Spiel die Community wird in Englisch kommuniziert. Also ich bleibe bei der Gauss Cannon. Und es ist auch einer der mächtigsten Waffen im Spiel, was Movement angeht. Einfach weil man Schüsse chargen kann. Und wann auch immer man diese gechargten Schüsse dann loslässt, dann wird ein Impuls entgegen den Spieler geworfen. Und diesen Impuls können wir nutzen, um Geschwindigkeit aufzubauen. Zusätzlich die Schüsse von dieser Waffe können vom Wenden reflektiert werden. Wenn wir also diesen Schuss machen gegen eine Wand und wir nehmen nicht nur den Impuls auf von dem Schießen der Waffe, sondern auch von dem Schuss, der uns dann trifft, indem es von einer Wand auf uns zurück reflektiert wird, dann können wir massiv Geschwindigkeit aufbauen in kurzer Zeit und mit relativ wenig an Schaden nehmen. sehr relevant für diese Sektion, wo wir einen Haufen Launches machen werden und einen Haufen Speed aufbauen in kurzer Zeit mit dieser Waffe. Hier ein unfassbar weiter Launch und ein Jump Bug am Ende, um den Fallschaden zu minimieren. Das war wirklich sick. Was wir dort auch gemacht haben ist, okay, dort war das erste Mal, dass wir die Satchel gesehen haben, um uns hochzuboosten, aber dort haben wir gesehen, was für riesige Launches wir machen können, wenn wir reflektierte Gauss Cannon Schüsse auf uns zurücklenken und gleichzeitig den Impuls und den Schuss fressen in die entgegengesetzte Richtung, in die wir fliegen wollen, das ist dann ein massiver Launch. Auf jeden Fall ist seine Health-Situation jetzt gerade wieder ziemlich gut, also kann er einige mehr Launches machen oder sich mehr konzentrieren auf Move und weniger aufs Überleben, das ist immer wichtig im Kopf zu behalten. Das war ein schöner Gauss-Launch, First Try, der auch massiven Damage gemacht hat, aber es war ein sehr schönes Movement, direkt in die Tube hier rein. Sehr gut. Wieder ein weiterer Launch, wir prallen den Schuss von der Wand ab, lenken ihn in uns rein und nutzen dann eine kleine Rampe hinter uns, um all diese horizontale Geschwindigkeit in Vertikale umzumwandeln, gibt uns Höhe, lässt uns über eine Tür rüberlaunchen und lässt uns wieder so viel überspringen. Wörter kann ich beschreiben, wie viel wir gerade mit jedem einzelnen Launcher, mit all dem Movement, das wir haben, absolut überspringen in dem Spiel. Gut. Wir haben hier eine ziemlich interessante Sektion, was Movement angeht. Wir benutzen wieder den Lag vom Save, um uns durch einen Tripmine-Laser durchzubringen. Diesmal haben wir, glaube ich, einen Goss Cannon-Laser während dem Save benutzt, um den Save stocken zu lassen. Aber es ist auf jeden Fall ein bestimmter Trick, wieso es mit einem Save dann laggt. Es passiert normalerweise nicht und Runner müssen das spezifisch timen und ausnutzen, um sowas zu benutzen. Gut. Schöner Nade-Launch hier hoch. Wir bewegen uns out of bounds in die komplett nächste Sektion. Wir stellen kurz die Tür mit der Kanone, die wir dort haben. Und jetzt fängt die wichtigste Map am im gesamten Spiel. Für diese gesamte Map kann er nicht quicksaven und quickloaden. Wieso nicht? Weil wir müssen mit diesem Movement, das wir gerade machen, zu dieser Tür hingehen, manipulieren währenddessen gleichzeitig eine AI, dass sie zu uns kommt und diese Tür hier öffnet. Wir killen die AI und zwicken uns jetzt zwischen die Tür und uns ein und kriegen jetzt unendlich viel Health. Wieso funktioniert das? Normalerweise, wenn man sich in eine Tür einzwickt, gibt einem das Spiel ein Schaden pro Frame, wo man in der Tür drin steckt. Normalerweise bauinst sie dann wieder zurück und du kriegst einen Schaden, das war's. Diese Tür hat spezifisch einen Value, dass sie nicht einen Schaden macht, sondern uns einen Health gibt stattdessen, wenn sie uns einzwickt. Wenn wir diese AI nutzen, dass sie die Tür öffnet und wir uns dann in die Tür einzwicken, so dass wir in jedem Frame einen Schaden bekommen würden, kriegen wir stattdessen in jedem Frame Health und das deckt sich hoch bis ins Unendliche. Selbst wenn das links unten nicht angezeigt wird, nach jedem 256 HP oder 255 an HP resettet sich zwar die Zahl links unten zurück auf 1 und zählt wieder hoch, aber wir haben die Health Value hoch, das hat kein Maximum. Wir haben jetzt circa 1400 Health und behalten jetzt diese Health über das restliche Spiel und benutzen das für Explosions Boosts en masse. Wir müssen uns jetzt nicht mehr kümmern über unser Überleben. Uns geht es jetzt nicht nur, uns geht es jetzt nur darum, dass wir all die Ressourcen, die wir haben, nutzen für maximales Movement, egal wie viel Schaden wir dabei fressen. Was wir auch gleichzeitig gesehen haben dort, wir haben jetzt eine neue Waffe bekommen, die Hornet Gun und diese Hornet Gun erlaubt uns auch bestimmte Trigger zu aktivieren, die normalerweise nur der Spieler aktivieren sollte, aber es zählt dennoch als eine Spielerentität und dadurch können wir bestimmte Load Trigger, wie zum Beispiel Map Level Trigger, Laden, ohne dass wir uns selber in diese Trigger reinbewegen. Stattdessen schießen wir einfach eine Hornet rein und es aktiviert das für uns. Das zählt genauso für Death Trigger, das zählt genauso für jeglichen anderen Trigger, den der Spieler normalerweise aktivieren müsste. Diese Hornet Gun erlaubt uns das zum Gehen auf diese Weise. Heißt auch, dass es ein paar Nachteile mit sich bringt, wenn wir von dieser Hornet Gun getroffen werden, nachdem wir ein Levelende gemacht haben, Crasherspiel. Dort war spezifisch eine Stelle, wo die Chance nicht niedrig war, dass das Spiel crasht und wir müssen das Spiel neu starten. Aber wir haben es überlebt und wir haben dabei auch eine Menge an Geschwindigkeit gewonnen, also hey, ist gut, alles gut. Wieder durch all die Granaten, die wir jetzt bekommen haben, geben wir uns wieder einen Haufen Boosts auch unter Wasser, wo man normalerweise keine Option wirklich hat für cooles Movement. Wir können uns mit Granaten ein bisschen nach vorne boosten. Ja, die hat sich leider resetet. Okay, die Granate will einfach gerade nicht. Ich glaube, das ist sogar notwendig, um sich hier durch diese kleine Stelle reinzuklemmen, weil dieses Rollenweg war. Allerdings bin ich mir da nicht hundertprozentig sicher. Was wir auf jeden Fall hier machen können, ist, wenn wir an der Wasseroberfläche sind und Leertaste gedrückt halten, gibt es immer so kurze Intervalle, wo wir in der Luft sind. Wenn wir in einem dieser Intervalle eine Granate unter uns explodieren, kriegen wir einen massiven Launch. Wenn wir das kombinieren mit einer SMG-Granate an die Wand, während wir in der Luft nach oben segeln, kriegen wir einen noch weiteren Boost hoch und können ganz nach oben fliegen. Wir machen das hier nochmal mit einer SMG-Granate, gerade so kommen wir da durch und haben jetzt durch ganz Lambda-Core all diese Möglichkeiten genutzt, um zum Ende zu kommen, in kürzester Geschwindigkeit. Wir machen hier die letzte AI-Manipulation im Spiel. Wir schießen auf die Leute mit der Garskennung durch die Wand, schießen eine Granate hinter, die öffnen uns die Tür. Normalerweise ist dieser Teleporter geblockt durch einen Death-Trigger, allerdings können wir diesen Death-Trigger durch unsere Hornet-Gun aktivieren, der Toad-Trigger verschwindet und wir können zum Teleport hin, was normalerweise eine riesige Sektion braucht, wo wir uns kämpfen müssen und so. Aber durch die Hornet-Gun können wir einfach straight reinjumpen zu der finalen Sektion des Spiels, Xem, die Alien-Welt, von der all diese Aliens kommen, die uns belasten. Und ja, seit diesem Alien-General, der uns all die Leute entgegenwirft, kräftigen in den Arsch zu treten. Was hier zählt, ist, dass es eine sehr niedrige Gravitation gibt über diesen gesamten Bereich, das heißt, jeglicher Sprung, den wir machen, ist sehr floaty, die Gravitation ist sehr niedrig, das erlaubt für sehr weite Boasts, die sehr lange in der Luft verbeilen und genauso werden wir dann später sehen, immer ein cooles Stuff. Wir haben hier währenddessen diese Spinne, diese ist eine der Sektionen, wo wir diese Spinne schnellstmöglich bekämpfen müssen und das funktioniert so, dass sie jedes Mal, wenn sie genug Schaden nimmt, zu einem nächsten Spot rennt und sobald sie an diesem Spot mehr Schaden nimmt, rennt sie zum nächsten. Das heißt, sie optimieren das, indem wir immer wieder Satchels und Tripmines dort platzieren, wo es hinrennen wird und aktivieren diese dann, sobald es dann zu dem Spot kommt. Sie nimmt Schaden, rennt zum nächsten Ort, aktivieren wieder die nächsten Satchels und optimieren so den Kampf auf das Größte hinaus. Aber ja, kein spannender Teil. Ja, es ist eine sehr fragliche Kreatur und es soll auf jeden Fall dazu addieren, wie seltsam die Welt von Xem ist. Aber ja, es ist ein Bosskampf, einer von wenigen Bosskämpfen in diesem Spiel. Hier gibt es eine Stelle am Boden, die tatsächlich erst zerstört wird, sobald man den Boss besiegt. Allerdings, wenn man genug Schaden draufhaut, das ist durch einen Haufen an Satchels und Tripmines auf einmal, kann man tatsächlich den Boden dort zerstören, bevor man den Boss killt. Braucht eine Menge an Schaden, aber wir haben den Schaden und können dort dementsprechend diese letzte Bosssequenz absolut überspringen und sind jetzt im Movement-Teil von Xem und ihr seht, wie flüssig das ist. Strafe's um alle Ecken durch, das ist nicht trivial, all diesem Speed beizubehalten durch diese schmalen Felsen-Architekturen und den Gängen, die wir hier haben. Aber Nakanga ist wirklich, wirklich gut, also super flüssiges Movement von ihm. Auch hier, wann auch immer es ein Objekt gibt, den Weg, das uns den Speed nehmen würde, zerstören wir es entweder schnell mit einer Shotgun Rechtsklick oder mit der Gauss-Cannon. Gut. Hier ein unfassbar sicker Boost in Kombination mit Granaten. Können wir uns in der Luft noch weiter hochboosten in den Teleport hier und wir starten den finalen, finalen Bosskampf. Es gibt mittlerweile eine Menge Weisen, den zu optimieren. Die schnellste Weise ist immer eine SMG-Granate und einen Revolver-Schuss nacheinander zu machen, was wir allerdings... Ah ja, wir machen sogar die Strategie. Wir manipulieren den Boss, dass er sich immer wieder auf uns zurückdrehen muss, indem wir uns gerade unter ihn bewegen und dann ohne ihn im Kreis rennen. Das bedeutet, dass er keinen seiner Angriffsanimation startet. Währenddessen wechseln wir ab zwischen SMG-Granaten und dem Revolver-Schuss und das optimiert den Schaden auf so eine Weise, dass der Boss innerhalb von Sekunden absolut vernichtet ist. Und das war der Run. Absolutes GG. Für einen Marathon-Run absolut genial. Schade, dass es dazwischen kurz nicht zu sehen war wegen Internet, aber wir haben den Großteil des Runs gesehen und es war wirklich, wirklich sick. In-Game-Time von 29, 22 ist wirklich gut. Ist zwar so drei Minuten hinter Weltrekord, aber ihr seht, wie hoch das Skill-Sealing von dem Spiel ist. Es ist einer der schwersten Spiele zum Spielrunnen, die ich kenne. Und so einen Run so performant zu zeigen auf einem Live-Event ist wirklich, wirklich krass und zeigt einfach nur, wie krass Makanga ist und allgemein, wie hoch mittlerweile das Level in Half-Life-Speedrunning ist. Es ist wirklich sicker Run. Ich bin wieder so dankbar, dass dieser Run bei ESA gezeigt wurde, zusammen mit Half-Life 2. Ja, darfst du es. Hast du gut gemacht. Ja, danke. Oh ja, ich habe vergessen zu erwähnen. Die Scriptless-Sache in der Kategorie bedeutet, dass man keinen Auto-Bhop oder man hat basically keine Skripts am Laufen, die einen automatisch Sprung spammen lassen oder Dux spammen lassen für erleichtertes Movement. All das Movement, das ihr gesehen habt, war manuell, indem Sprung auf das Mausrad gebunden ist, können wir so Bhop's consistent machen und alles andere, was ihr gesehen habt, war auch komplett menschlich möglich ohne irgendwelche Scripts. Die Alternative wäre, dass man Scripts hat, um automatisch immer Sprung zu spammen und das erlaubt, Bhop's leichter zu machen. Es gibt ein paar andere Scripts auch, aber das ist das Wichtigste.